Ja, gut. Muss man sich ein paar Tränke aufbewahren, aber ich glaube, dann geht das. Ich finde, die erste ist schwieriger. Oh Mann, das war schon fast geschafft. Manu, wieso? Wieso kriege ich das nie hin, wenn ich keine Pötte mehr habe, dass ich einfach mal gewinne, statt zu verlieren? Ich habe das Gefühl, ich verliere dann immer. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber kommt mir so vor. Hi. Na? Guten Tag. Aua. Okay. Ja. Ach Mist, diesmal habe ich auch keine Dings mehr. Keine Blut. Blöd. Ach Mist, da kommt noch einer her. Alles klar. Aua. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Blut schaffe, ehrlich gesagt. Okay. Was bitte hier? Oh ja. Aua. Ja, genau. Aua. Nicht mal bitte hier? Ja. Ja. Aua. 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 Aua! Au! Was soll das? Jetzt haut man nicht so schnell in Teil 4. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ist mir egal. Oh, oh. Jetzt ist es schlecht. Ja, das ist schlecht. Oh, oh! Das war Glück. Voll Glück. Okay. Wenn ich es schaffe, dass er sich nicht heilt, dann ist er noch machbar, glaube ich. Oh, fuck. Mist. Scheiße. Aua. Aua. Achso, du machst das. Alles klar. Ja. Oh, nee. Nee, das ist jetzt nicht so gut. Sonst machst du was immer anders. Was soll das? Ja. Oh, ja. Oh, ich bin ja gleich froh. Scheiße. Nee. Richtig gutes Timing. Ja. Das schaffe ich nicht so. Ach, Gott. Scheiße. Das war jetzt gerade gut, ne? Die Kombo. Das war schon, äh, hm. Aber mit null Tränken und so bringt mir das leider jetzt auch nichts mehr. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. Das war schon so. Oh, das ist okay. Oh, ich glaube, ich muss weg. Oder? Ja, besser ist das. Okay, ich bin mir sicher, dass wir das jetzt nicht mehr schaffen, aber zum Üben ist es nicht verkehrt, ne? Ah, das war wieder die fiese Kombi, wo er ein bisschen langsamer zuhaut, genau, genau das, genau das. Da sollte ich am besten gar nicht in den Nahkampf gehen, ey. Oh, nein, lass das. Ich wüsste gerne, was passiert, wenn er mich so erwischt. Oh, Mann. Oh, fuck. Ach, shit. Naja. Blöd. Ich muss irgendwie versuchen, in der ersten Phase nicht so viel Schaden zu bekommen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich krieg das schon hin. Ach, Mist. Oh, Mann. Manchmal macht er das so verzögert. Ja, das ist fies. Ah. Ich hatte ja eben mein Schwert verzaubert, ne? Jetzt ist das wieder weg. Das macht er doch irgendwie. Ja. Das machst du. Ich weiß nicht, wie, aber du machst das irgendwie. Jetzt habe ich schon wieder drei Tränke verbraucht. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Du bist Dot.- Ja. Ich muss noch nähen jetzt zwischendurch. Ah, meine Rolle ist so superschnell, das ist voll gut. Na, komm nicht auf die Dichtung zum Heilen bitte. Ah, hau drauf, hau hier kaputt. Ja. Okay, geil. Jetzt nutze ich mal die Chance hier um mein Dings zu machen. Okay. Ich bin so aggressiv. Ah, okay, okay, okay. Nicht so gut, nicht so gut. Heim ich mal. Ja. Und? Ist. Ah, ich nehme noch meinen Pot hier. Okay, jetzt aber hier mal ein bisschen sparsamer. Ah, okay. Ah. 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 Ist okay. Ah. Ah. Dafür bin ich immer ein Ticken zu langsam, ne? Schrecklich. Ah. 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 Ist ja gut. Na. Ist ja gut. Ah. 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 Ich war zu nah dran. Das war der Fehler. Ah. 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 Okay, okay, okay. 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 Das ist eigentlich eine gute Chance, um den Buff wieder zu erneuern, aber muss man auch nicht übertreiben, ne? Ah, Mist! Falsches Timing! Ah, fuck! Oh nein! Tu das jetzt nicht! Nee! Okay... Okay... Ja... Nein! Oh, Mann! Ah! 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 Okay, okay... Ja, weg! Weg! Jetzt ist noch alles offen! Wir können es noch schaffen! Oh, jetzt eine Glut, ne? Das wäre geil! Ja... Bitte heil dich nicht, dann dreh ich durch, weißt du? Der geht nach oben, okay... Ach gut, er kommt direkt nachher... Ah! Ja, ist mir egal... Oh nein! Oh nein! Ich mach sowas nicht jetzt! Na, hier... Guck mal! Ah, Mist! Da hätte ich eine Chance gehabt! Alter, komm ihn! Wuhh! Okay... Ich schätze mal, ich muss ans Schwertchen! Erste Flamme! Ja... Ich guck mich hier grad mal kurz um... Puh! Okay, haben wir das auch geschafft! Nein, wird wohl nichts sein, ne? Aber... Who knows? Hm... Boah, diese Stadt, das sieht so krass aus! Boah! Oh, okay! Ich glaub, wir sind gleich mit Dark Souls fertig! Kaum zu glauben! Hunderttausend Seen haben wir bekommen für ihn, okay... Ja, okay... Mögen die Flammen nicht leiten... Ja... Schönes Schlusswort! Wer ist hier so... Feuer! Achso, hier rufen wir den Feuerhü... Okay... Moment... Mh... Wenn wir den Feuerhüter rufen, dann löscht sie die Flamme! Oder? Wenn wir die Flamme binden, dann... Dann... Glüht sie weiter! Richtig? Und wir sind der neue Big Boss! Naja... Also, ich mein, sonst haben wir das Ende ja umsonst gemacht, ne? Mit den Augen und so... Deshalb rufe ich sie jetzt, würde ich sagen... Ja... 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 Ja! Ja... Vielen Dank. Vielen Dank. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One, hearest thou my voice still? Amen. 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 Vd. Amen. 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 Ähm, die zweite Reise starten wir noch nicht, denn ich weiß nicht genau, was wir für den DLC tun müssen und ob wir wieder bis zu einem bestimmten Grad im Spiel dafür gespielt haben müssen. Deshalb, nein. Machen wir dann später. Gegebenenfalls. Ähm, ja, krass, ne? Dark Souls, fertig. Das ist ein schönes Gefühl. Sollte es eigentlich sein. Eigentlich fühle ich mich jetzt leer. Was soll ich jetzt tun mit meiner Zeit und meinem Leben? Ich weiß es nicht. Ach, ähm. Okay, wie dem auch sei. Ähm, danke an euch alle, die ihr die ganze Zeit dabei wart. Falls ihr wirklich von Anfang an dabei wart, krass, ihr habt echt viel Durchhaltevermögen. Das, äh, das ist, wow. Also, ich bewundere euch. Danke, dass ihr die ganze Zeit mit irgendwelchen Tipps und Tricks und netten Kommentaren und so weiter und so fort dabei wart. Das ist sehr schön, wenn man weiß, dass die Leute zugucken und das irgendwie interessant oder witzig oder lustig, was auch immer, finden. Ja, ja. Joa, dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir sehen uns vielleicht zum DLC wieder, falls ihr Bock habt, den mitzugucken. Der kommt, glaube ich, am 25. raus. Ich meine, der kommt überall gleichzeitig raus, oder? Also, ich hoffe, er kommt in Deutschland auch am 25. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir uns pünktlich am 25. sobald der Download fertig ist und alles installiert ist, werde ich sofort wahrscheinlich anfangen zu spielen und die erste Folge hochladen. Ich freue mich jetzt schon, dieses Spiel bald weiter zu spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, mehr fällt mir da gar nicht zu ein. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns. Ciao, ciao.